Hier in unserer Gegend gibt es auch noch einen ganz erfolgreichen Damen-Fußballmannschaft, und zwar vom VfL Jesterburg, die schon viele, viele Male den Anlauf genommen haben, den Niedersachsen-Pokal zu gewinnen und sind in diesem Jahr wieder dabei, ihn zu gewinnen. Sie müssen nur noch eine Hürde nehmen, das ist Hannover 96. Und ich wünsche denen, dass sie diese Hürde mit Bravour nehmen und diesen Pokal bei uns in den Landkreis holen. Hier ist Christian Müller vom MTV Rommestow. Wir wünschen dem VfL Jesterburg viel Spaß und viel Glück im Niedersachsen-Pokal-Endspiel. Alles Gute und toi, 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 drück die Daumen. Liebe Ina, ich wünsche dir und deiner Mannschaft für das Pokalfinale alles Gute und viel Erfolg. Holt den Pokal nach Hause. Nur der VfL. Ich fahr schon mal los. Bis zum nächsten Mal.